Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitenden, 1. März, Frühlingsanfang, meteorologischer Frühlingsanfang, aber für uns wirklich Grund zur Freude. Erstens haben wir eine wirklich belastende Zeit genial miteinander gemeistert und können uns jetzt hoffentlich auf Lockerungen freuen. Jedenfalls sind wir vorbereitet. Und vorbereitet sind wir auch auf Herrn Thomas Witt, der zu meiner großen Freude ab heute den Vorstand des Kaltasverbandes erweitern wird. Heißen Sie ihn mit mir willkommen. Willkommen! Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Das tolle Wetter draußen, die Sonnenstrahlen drücken auch meine Freude aus. Ich freue mich auf den Kaltasverband Wiesbaden-Leingau-Taunus, auf meine neue Tätigkeit hier als gemeinsamer Vorstand mit dir. Und ja, ich freue mich auch, Sie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten alle nach und nach kennenzulernen. Und bleiben Sie mit mir optimistisch. Es werden Lockerungen kommen. Unsere Arbeit wird besser. Corona wird eines Tages verschwinden. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Bis bald! Ich freue mich auf den Kaltasverband.